Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, neben Herzbruck im Nürnberger Land zum Newsletter 146, bei dem wir Sie um Ihre Bewertung unserer neuen Küchenwebsite bitten wollen. Dafür gibt es wirklich wertvolle Preise vom Massivhocker bis zu Schneidbrettern. Sehen Sie sich bitte auch die neuesten Küchen von kochbegeisterten Kunden im Netz an und das neue Bad in Zwetschke in unserer Ausstellung. Wir empfehlen unsere Massivholztüren und den wohngesunden Innenausbau, für den wir Kompetenz und Kapazität haben. Das Sägen und Stapeln für dieses Jahr haben wir erfolgreich für Sie abgeschlossen. Signalisieren Sie uns Ihr Interesse für unsere Rückenschul- und Kochkurse, dann kümmern wir uns um die Termine. Und bitte notieren Sie sich die 20. Jubiläumswerkstatttage vom 8. bis zum 10. Juni. Besuchen Sie uns doch zur Obstblüte in Untergrumbach, auch am Samstagnachmittag und am Montag, den 30. April. Wir wünschen einen schönen Frühling und bis bald!